Musik 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 Nein! Nein! die von der Umweltverschmutzung sind positiv. In Bezug auf die Autos gibt es keine Emissionen. Aber wenn die Trenner benutzen, Kohle, Kohlebasis für Elektrizität oder Gas, gibt es einige Emissionen. Und wenn wir den Wind benutzen, gibt es keine Emissionen für die Trenner. Das ist unsere Strategie, zu erhöhen die Wind Kapazität in unseren Produktionpark. Und das ist ein sehr spezifisches Projekt, weil die Energie, die von diesem Park produziert wird, wird direkt in die Netzwerke. Wir sind eingeladen. Wir sind eingeladen. Wir haben dasinstimmt, wir stellen. Wenn es nicht so gut ist, das wird nicht so gut ist. Aber jedes Jahr kann 4.000 trainen auf diese Energie-Energie fahren. Und diese Energie wird auch für andere Rail-Installationen benutzt, wie light und heat in und auf Antwerpen. Es gibt viele Vorteile für uns als Railway Infrastructure Manager.